So Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute zum Thema, wieso du weniger Nachrichten schauen solltest. Viel Spaß damit! Wieso, Leute, sage ich das jetzt? Wieso sage ich jetzt, schaut weniger Nachrichten, informiert euch nicht und und und. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, aber wenn ich nicht informiert bin und wenn ich keine Nachrichten schaue, wie soll ich dann mich mit den Leuten unterhalten? Ich meine, ich bin doch dann gar nicht gebildet, ich kriege doch dann nichts mit, was auf der Welt ist und ich muss doch informiert sein, ich muss doch wissen, was da los ist, wann der nächste Krieg ausbricht oder wer sich wieder abgeschlachtet hat. Ja, das muss ich doch alles wissen. Also ich sage dir jetzt eins, wenn du erfolgreich sein möchtest, wenn du ein glückliches Leben haben möchtest, für dich erfolgreich meine ich übrigens, wenn du Dinge umsetzt, die du gerne umsetzen möchtest, und dich gut dabei zu hören möchtest, wenn du stolz auf dich sein möchtest, unbeschwert im Leben sein möchtest, wenn du mal nur Angst haben möchtest oder wenn du einfach mehr Selbstbewusstsein haben möchtest, dann sage ich dir vom ganzen Herzen, schau keine Nachrichten und schon gar nicht morgens, wenn du in den Tag schartest. Es ist nicht unbedingt förderlich für dich Nachrichten zu schauen, einfach aus dem Grunde, weil Nachrichten reden immer über negative Dinge. Nachrichten lassen dich schlecht fühlen. Nachrichten lassen dich ängstlich fühlen. Nachrichten lassen dich negative Gedanken haben. Durch negative Gedanken wirst du auch selber dich wie ein Stück Elend fühlen. Es ist einfach so, wie willst du selbstbewusst durchs Leben starten, wenn du denkst, dass die ganze Welt scheiße ist? Und es ist alles so schlecht, dass es sich nur um Tod und Abschlachten und Konsumieren und Geld, und sich alles so darum dreht, dass du es jeden Tag in deinem Kopf eintrichterst. Wie, bitte schön, sollst du dann positiv deinen Zielen hinterherjagen? Du hast den Fokus ja ganz verloren. Wie willst du dich auf deine Ziele fokussieren, wenn du nur diese anderen schlechten, negativen Gedanken in dir hast, die dich total beeinträchtigen? Auch wenn du das selber nicht merkst, aber unbewusst, beeinflussen sie dich ganz, ganz dolle. Ich zum Beispiel, ich muss sagen, ich höre keine Nachrichten, ich lese keine Zeitungen, und das mache ich, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass es mir besser geht, wenn ich es nicht tue. Ich bin auch überzeugt davon, dass wenn ich es mir gebe, ich dadurch nichts Positives in die Welt bringe. Wenn ich jetzt negativ denke und nur Angst habe und das auch übertrage auf meine Mitmenschen, Was ist denn daran gut? Ich brauche auch darüber nicht zu reden mit anderen Menschen. Es ist mir scheißegal, wenn die anfangen darüber zu reden, sollen die ganzen Sachen darüber reden, wie schlimm doch alles ist. Können sie ihr ganzes Leben mit verschwenden, meinetwegen. Aber ich, ich brauche das nicht. Warum? Sag mir einen Grund. Ich meine, worum geht es denn im Leben? Fragst du dich das manchmal, worum es in deinem Leben geht? Es geht darum, sich weiterzuentwickeln und es geht vor allem darum, glücklich zu sein. Im Grunde ist es schwer zu leben. Wenn du denkst, dass das Leben so schlecht ist, dann frag dich mal, warum du das denkst. Frag dich mal, woher deine Glaubenssätze kommen. Wir kommen alle auf die Welt als Baby und wir wissen von nichts. Und dann wachsen wir in einer Familie auf und natürlich überträgt sich diese Glaubenssätze an uns, weil wir das ja eingetrichtert bekommen, von klein auf. Und wenn wir dann jeden Tag noch Nachrichten gucken. Und in die Nachrichten geht es dann, wie gesagt, darum, dass sich alles ums Geld dreht, das mit der Optik, die Menschen werden ja alle depressiv, weil die wollen sich alle operieren lassen, weil die ja nicht gut genug aussehen und 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 und. Das sind alles Dinge, die uns sowas von beeinflussen und darüber denken die Menschen gar nicht nach. Sie lassen sich das alles eintrichtern in ihrem Kopf und hinterfragen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr was hinterfragen solltet. Hinterfragt wirklich, ob diese Nachrichten für euch in eurem Leben wirklich Sinn erheben. Ist es notwendig, dass du dir morgens diese negativen Nachrichten und was noch nicht mal alles stimmt einbretterst? Ein anderes Thema, darüber werde ich auch noch reden, was diese Nachrichten überhaupt verbreiten. Wer entscheidet das denn? Es ist auch nur ein geringer Anteil der Menschen, die das alles steuern. Und das wisst ihr auch. Macht euch das bewusst. Macht euch bewusst, dass das Ganze nicht gesund für euch ist. Und ihr möchtet gesund sein, damit ihr auch erfolgreich und glücklich seid für euch. Und das ist der Grund, warum ihr morgens und abends und allgemein keine Nachrichten schauen müsst. Lasst euch nichts einreden. Auch von Menschen, die Nachrichten gucken und sagen, ihr müsst doch informiert sein. Nein, ihr müsst überhaupt nicht. Du musst so das tun, was dich gut fühlen lässt, was dich glücklich macht. Das musst du. Und das ist alles, was du willst. Und sterben bleibt. Aber das war's, Leute. Das war's. Das war auf jeden Fall das Thema, warum du mehr mit positiven Gedanken in den Tag starten solltest. Deswegen, bevor du dir deine Nachrichten reinbretterst, schau dir lieber ein Video an über erfolgreiche Menschen, die davon reden, wie sie zum Erfolg gekommen sind, indem du dir Persönlichkeitsentwicklung und Videos anguckst oder Motivationsvideos. Davon kannst du nicht genug bekommen. Glaub mir das. Und dann wirst du auch sehen, wie du dich veränderst, wie dann auch dein Weltbild dich verändert und wie vor allem du auch andere Menschen in deiner Umgebung haben wirst, wenn du selber deinen Fokus veränderst. Du wirst sehen, du wirst mehr mit erfolgreichen Menschen sein, mit positiv denkenden Menschen. Und vieles wird sich in deinem Leben verändern, wenn dein Fokus auf etwas Positives richtet. Das war auf jeden Fall das Thema, warum du keine Nachrichten schauen solltest. Wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, wenn euch das Video was gebracht hat, und ihr sagt, ey krass, das Video war irgendwie echt cool, man, ich kann damit was anfangen und es geht mir jetzt besser, ich fühle mich irgendwie gut, ich fühle mich verfreit, dann schreibt es doch in die Kommentare. Gebt mir ein Gefällt mir oder abonniert mich am besten. Ja, da werdet ihr verpasst, ihr gar kein Video mehr. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr zum nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich stand mit Ahnung. We Mam jetzt mal least. Tschüssi.